Die Ergebnisse sind da. Ihr wisst ja, dass der Wolfs Tötungsminister von der SPD, Olaf Lies, Umweltminister, unbedingt Wölfe töten möchte. Das wollte er von Anfang an. Da hat er sich die irrwitzigsten Ideen da zusammengeholt und die Medien sind ja auch voll darauf abgefahren. Rausgekommen ist nichts. Er wollte Wölfe besendern. In zwei Jahren haben sie keinen einzigen besendet. Jetzt wurden dann um die zwölf Wölfe zum Abschuss freigegeben. Überwiegend offensichtlich Rüden, warum auch immer. So auch eben GW1111M. Der Vaterrüde des Herzlake Rudels. Tatsächlich ist dann Mitte Februar ein zehn Monate altes Mädchen erschossen worden. Und Ende Februar 26. oder so ist in Uelzen ebenfalls ein zehn Monate altes Welpenmädchen erschossen worden. Obwohl dort auch der Vater zum Abschluss freigegeben worden ist. Die Ergebnisse sind jetzt amtlich und man kann sie bei DBB Wolf nachlesen bei Todfunde. Die NOZ, die neue Osnabrücker Zeitung hat jetzt auch einen schönen Artikel dazu gemacht und hat auch nochmal klargestellt, dass das natürlich strafbar war, weil das die falschen Wölfe waren. Es wurde ganz klar gesagt, welche geschossen werden sollen. Und jetzt redet sich Olaf Lies raus, dass das Umweltministerium quasi nur Milch trinkende kleine Babys als Welpen anerkennen würde. Dabei ist das in der Wolfsbiologie, das ist nun mal so Herr Lies, bis zwölf Monate. Und das erklärt sich auch von selbst. Wenn sie mal so eine Tiere sehen, die so zehn Monate alt sind im Vergleich zu 22 Monate alten Wölfen oder gar dann zum Vergleich zu erwachsenen Wölfen, dann sehen sie sofort den Unterschied. Ja, das sind nämlich Kindsköpfe. Das sind tapsige Bärchen, die noch gar nicht wissen, was so Sache ist. Auch wenn der ein oder andere schon auf Tour ist. Ja, die lösen sich vom Rudel. Ja, das machen sie. Klar, das ist so wie der 14-, 15-, 16-jährige Teenager eben auch glaubt, alleine leben zu können. Aber er arbeitet noch nicht und dann läuft das auch noch nicht so richtig. Und jagen können die schon gar nicht richtig. Das lernen die alles, nicht nur durch die Eltern, sondern auch durchs Ausprobieren, durchs eigene Ausprobieren. Und deswegen ist ja ein Wolf auch erst mit drei bis vier Jahren wirklich erwachsen. Und sie können die Wolfsbiologie nicht umschreiben. Das ist weltweit so. Ein Welpe isst bis zwölf Monate. Das ist im Yellowstone Park so, das ist in der Mongolei so, das ist in den rumänischen Karpaten so, das ist in Finnland so, das ist in Russland so, das ist überall so. Also kommen sie jetzt nicht so und versuchen sie uns auf den Arm zu nehmen. Sie liegen einfach falsch in allem, was sie tun. Und das liegt einfach daran, dass sie nichts über Wölfe wissen. Herr Hans-Jörg Strader von der FDP, der vorher irgendwas mit Verkehr gemacht hat und jetzt seit zwei Jahren beim Wolf ist, hat auch keine Ahnung. Und Herr Nilles erst recht nicht. Nur weil sie jetzt mal ein paar Aufsätze gelesen haben, sind sie noch nicht die Wolfsspezialisten. Und dann kommt so eine Scheiße, ich muss es so deutlich sagen, einfach auch raus. Sie knallen ja einfach kleine Mädchen ab. Und wenn sie behaupten, dass man im Feld nicht unterscheiden könnte, was ein kleines Mädchen ist. Das Uelzener Mädchen soll so groß sein wie ein Fuchs. Da haben sie schon mal einen ausgewachsenen Wolfsrüden gesehen. Die sind 75 bis 80 in der Schulter. Da können sie ihr Kind schon zum Reiten draufsetzen. So groß sind Wolfsrüden in Deutschland. Also die, die wir hier so haben, das sind richtige Kravenzmänner und ein kleines Mädchen. Und dann sagt Paragraf 45 Absatz 3 Satz 1, dass nur geeignete Leute die Wölfe schießen dürfen. Wenn aber jemand geeignet ist, dann kann er natürlich einen zehn Monate alten Wolfswelpen, ein Mädchen, eine Fee von einem ausgewachsenen fünfjährigen Rüden natürlich unterscheiden. Und wenn er das nicht kann, ist er nicht geeignet. Dann darf er nicht eingesetzt werden. Das ist doch wohl ganz einfach. Ich kann im Dunkeln einen Wolfsrüden von einem zehn Monate alten Mädchen unterscheiden. Und Sie können mir glauben, ich kann auch einen erwachsenen Wolfsrüden von einer erwachsenen Fee unterscheiden. Und das kann auch Herr Sebastian Körner, das kann Gesa Clout, das kann Eker Reinhardt. Dass die Jäger das nicht können, das glaube ich gerne. Wie auch, wenn ich jetzt gerade erst seit ein, zwei Jahren mich mit einem Wolf beschäftige. Aber wenn man geeignet ist, dann kann man das. Sie liegen also total auf dem Holzfad. Sie schicken diese ganzen Leute in die Strafbarkeit. Das muss man ganz klar sagen. An jeden Jäger richte ich hier den Appell, schießt keine Wölfe. Ihr macht euch strafbar. Es ist ganz einfach so. Und wir werden das durchziehen. Da könnt ihr mir glauben. Lasst die Wölfe in Ruhe.